Hallo alle zusammen, heute ist wieder ein Vlogtober, heute ist der 15. schon. Okay, heute ist schon der 15. Oktober und ey Leute, ich muss euch unbedingt mit rausnehmen. Also so geht das nicht weiter, dass ich immer nur in meinem Zimmer sitze und euch erzähle, ja heute habe ich das und das gemacht. Okay, also ich habe gerade gefrühstückt und mir die Haare gewaschen und muss mich jetzt noch schminken und dann wollte ich ein Rezept abholen. Ja und dann werde ich heute flyern in der Stadt, vielleicht kann ich euch dazu ja mitnehmen, mal ein bisschen Stadt ansichten und ja, welcher Tag ist heute? Mittwoch. Achso ja, wir wollten mal wieder zum Schwimmen gehen auch. Wir waren eigentlich nicht mehr seit dem einen Vlog, im September war das glaube ich. Ja, ja, eigentlich wollten wir es ja jede Woche machen, aber life happens, ne, life happens. Okay, dann, ja, ich gucke gerade Essie Button, Essie Buttons Vlog in Istanbul hier. Ähm, ja, ich gucke die Engländer echt gern. Also in letzter Zeit, also ich gucke halt viel Essie Button, viel Zoella, Tanja Burr, ja, das sind schon so, ja, wie erinnert das Make-up, finde ich auch sehr geil und, naja, sehr geil, ihr wisst schon, was ich meine, nice. Ist auf jeden Fall sehr nice, ihr Mädels. Ja, gut. Ähm, ich hatte auch erst überlegt, mein Vlog überhaupt, also überhaupt meinen ganzen Kanal auf Englisch zu machen, aber da ich schon auf Deutsch irgendwie Schwierigkeiten habe, manchmal meine Wörter rauszubringen, dachte ich, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, das dann auf Englisch zu machen. Ich bin irgendwie müde und Kaffee hilft nicht. Ähm, davon werde ich irgendwie nur haltbar. Guck, ich habe meine neuen Lieblingssocken an. Mit so kleinen Sternchen, voll cute. Die gab es mal bei Chivo, ganz lange her, dass wir die gekauft haben. Das heißt, der hat die mir gekauft und mir geschenkt. Yay! Voll cute. In dem Haus, in dem ich wohne, steht manchmal hier unten am Fensterbett so Zeug, was man sich dann halt mitnehmen kann. Zum Beispiel Äpfel. Yay, Äpfel. Und diese hier sind ziemlich sauer, aber die eigenen sich dafür halt besonders gut, zum Beispiel für Bratapfel oder zum Backen. Dadurch, also die behalten halt ihr Aroma, also die behalten halt dieses Apfelaroma, aber das Saure geht halt, glaube ich, weg durch das Backen. Und, äh, ja, wenn man halt süße Äpfel nimmt, dann ist es einfach viel zu süß und spürt gar nichts. Deshalb, Leute, wenn ihr diesen Winter Bratapfel machen wollt, boah, ich bin mega autofrein. Ich bin ja auch kurz vorhanden gefahren. Also, wenn ihr Bratapfel machen wollt oder backen wollt, dann kann ich euch empfehlen, saure Äpfel zu nehmen, halt zum Beispiel Boscov oder falls ihr irgendwas zu Hause habt, also falls ihr irgendeinen Apfelbaum kennt, äh, den ihr abwärten könnt, dann, ähm, ja, dann nimmt das. Boah, ey, ich hab echt 1000 und eine Sache zu tun, ähm, und ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll quasi, aber ich werd jetzt erstmal Videos schneiden. Ja. Denn das wächst sonst und wächst und wächst und wächst auch. Ich hab, also, ich möchte das ja beibehalten, meine Videos. Und deshalb müssen die gemacht werden. Deshalb werd ich jetzt eins schneiden. Ich hab nur noch, mh, eine Dreiviertelstunde, dann muss ich zur Uni. Also, dann muss ich an der Uni sein, dann werd ich Ölfleier kleben und stempeln und alles mögliche, da werd ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Gut, bis dann. Ich esse dieses Müsli in Dauerschleife. Morgens, mittags, abends, die Schüssel ist schon wieder leer, weil da keine Nüsse drin sind, hab ich grad Erdnüsse dran gemacht. Mh, nommel, nommel. Mit Sojamilch und auch sogar mit ein bisschen normaler Milch. Naja, normal, Laktosefreiheit. Banane mach ich da gerne ran. Mh, yummy. So, jetzt muss ich zur Uni. Es ist schon 10 vor 1, genau. Und ich werd mich jetzt auf die Socken machen. Es ist schon wieder um 1, ich bin schon wieder spät dran. Wie immer, wie immer. Wenn man mir nicht mit Kuchen droht, ich mein, dass ich welchen machen muss, dann komm ich immer zu spät. Und ich weiß noch nicht mal, ob die ersten alle schon ein Fahrrad fahren. Ja, das hab ich quasi gesungen. Ja, das mein ich doch. Ja, ich bin Elsa. Ach so. Die Haare auch? Bist du auch die Haare schön? Hast du hier Flyer schön? Warum hast du den Flyer-Kind, der nicht gestempelt ist? Was ist das für eine Arbeit hier? Da kann ich ja gleich mal auch nicht sein lassen hier. Ach komm schon. Es gab kein Dingens mehr. Der ist mir runtergerutscht. Da mussten wir aber kein Unterhübeln hier. Runterhübeln? Was dokumentierst du gerade? Ich hab gerade irgendwie voll vergessen, was ich sagen soll. Wir haben gerade ein bisschen geflyert und irgendwie hab ich vergessen, was ich sagen soll. Oder was ich sagen kann. Und irgendwie, ach, da sind so Leute und das macht mich alles ganz nervös. Hallo. Also, ich war mega frustriert, denn ich hab tatsächlich verpasst, gestern zur Uni zu gehen um 15 Uhr und bin stattdessen heute gegangen, weil ich einfach mal Dienstag und Mittwoch nicht auseinanderhalten kann und das einfach nicht hingekriegt hab. Ist so verwirrend, wenn man so viele Termine hat und von unterschiedlichen Einrichtungen. Also sagen wir mal zum Beispiel jetzt Isaac und Uni und ich krieg das einfach nicht koordiniert. Genauso wie mit dem Sportkurs. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob da eigentlich Mittwoch war oder Dienstag. Aber ich hab auf jeden Fall totale Panik schon und gesagt, nein, nein, ich hab da doch was zu tun und wir müssen das umlegen und bla. Aber es ist halt einfach so, heute ist gerade erste Uni-Woche und da plant man halt manchmal einfach seine Vorlesungen oder Veranstaltungen, halt mein Seminar heute zum Beispiel. Naja, ich bin irgendwie mega gestresst. Ich bin nach Hause gekommen, war super frustriert, warum ich überhaupt in die Uni gegangen bin sozusagen und hab mich ins Bett gelegt und hab geschmollt erst mal zwei Stunden oder eine, eine halbe. Und ich frag mich, warum bin ich so gestört im Kopf? Warum krieg ich das alles nicht organisiert? Warum fühle ich mich konstant gestresst? Und ich nehme an, es ist halt genau deshalb, weil ich das nicht organisiert hab. Weil ich der Meinung bin, dass ich irgendwie 24-7 für Isaac da bin. Und das ist einfach mal nicht der Fall. Du musst dich organisieren. Das heißt, ich muss mich organisieren. Das heißt, ich muss sagen, okay, von 10 Uhr frühs bis 16 Uhr abends mach ich Isaac-Stuff, okay? Klar und hart. Und dann bin ich, hab ich einfach mal Free-Time. Dann hab ich Zeit für mich und dann kann ich zwei Stunden... Meine Speicherkarte war voll, weil ich so viel gequatscht hab, nehme ich an. Also ich hab jetzt wieder gelehrt und irgendwie hab ich halt seit heute Mittag nichts gegessen und werd jetzt irgendwie noch was essen. Und dann kommt es jetzt grad rum und dann werden wir noch schwimmen gehen. Weil ich dachte, ich muss irgendwie noch was Schönes machen heute. Ich kann nicht die ganze Zeit rumsitzen und mich darüber ärgern und so. Ich hab echt keinen Bock auf ärgern. Ich möchte einfach, ähm, ich möchte das einfach so nutzen, wie ich das, wie es geht. Die Zeit, meine Zeit so nutzen, wie es geht. So, ich hab mir Essen gemacht. Äh, so Emily-Zeug, das sind, also das ist, äh, Weizenkörner und Tomate und so ein bisschen Restgemüse, was ich noch von gestern hatte. Ist echt ganz gut. Ich hab, ähm, Gemüsebrühe dran gemacht. Und, äh, ja, das gibt dem gleich so einen ganz, so einen würzigen Geschmack. Okay, ich hab mich jetzt abgeregt. Okay, ich hab mich jetzt abgeregt.